Dual Speed & Style, der Name, ist bei dieser Disziplin auch Programm. Bergabwärts müssen die Athleten die Konkurrenz in erster Linie mit Geschwindigkeit besiegen. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Strecke mit verschiedenen Hindernissen durchzogen ist. Diese müssen für riskante Tricks genutzt werden, um die Judges zu beeindrucken. Für die einzelnen Tricks werden Style-Points vergeben, die in Form von Zeit gutgeschrieben werden. Folglich gewinnt nicht zwangsläufig der Rider, der als Erster im Ziel ist. Spannung bis zum Schluss, überzeug dich selbst davon bei Crankworks Innsbruck vom 21. bis 25. Juni. Strecke mit der Leitung Untertitelung des ZDF, 2020